So, Extermination Day, Web 21, eine der wieder etwas normaleren Maps. Die letzten vier, zwei waren eher Katastrophen-Maps. Gut. Dann wollen wir mal. Ich glaube, ich schieße noch von uns. Kann das sein? Ach, ich will hoch. Oh! Lol! Ja, komm! Da ist noch einer? Ne, war ein Baum. Okay. So, das ist ein paar. Wie denn einfach an alles dran vorbeischießt? Ich glaube doch, nein. das war unsere kugel gewesen wäre die 50 mal vor abgepalt und am besten uns wird direkt das gesicht geschossen er der hand hallo was ist der denn da ja komm wir man kann eigentlich nicht reinrutschen ok da ja 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 gut dann kommen wir erstmal die hier runter alle alle weg sehr schön ja 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 Oh, 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 oh. Da müssen wir sich auf so viel Gleitscheidig konzentrieren. da kommen noch 40 punkte danke soo hätten wir kurz filmen wir uns auf die ganze shot gunner gucken wir mal ob das wieder alles clean ist sieht ja nur so aus was so das waren die Irms wo waren jetzt die shot gunner so 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 Hier wieder auch fast, als er wird hier schon noch fehlend. Ich muss noch was, was das von hinten keiner kocht hier. Das finde ich ganz so schön. Boah, Alter. Du äh, der Scheiße, sollst du mich ficken? Ach, der Scheiße. Ja, die will ficken dich. Warte, schön. Wow. Definitiv die falsche Wache aufgehoben. So, jetzt mal schnell die ganzen Tafo, die man hier aktivieren. Ah, da ist alles schon herkommen. Ach, Mann, Alter. Blut, du, über einen Stein zu springen hier. Was ist denn los mit mir? Oh. Nein. Boah, Alter. Was war das krank? Du hast die Leute, ich kann nicht fliegen mit der Supershot dann anliegen. Da kommt es her. So, da kommt ein Kaku, die man jetzt dran. Was macht die denn da? Da kommt es schon wieder nicht durch. Ist denn das die Möglichkeit? Oh, zwei mit einmal. Ah, da sind wir zwei. Und wieder beide mit einem Schuss, oder? Nee, der ist auch draußen. Kommt der siebten rum? Äh, der kommt der siebten rum. Ah, ne, geht's jetzt zurück. Geh, hinten rum. Oh, oh. Du bekackt, was die Sau ist hier. Was ist das jetzt? Oder kommen noch mehr? Ich hör doch immer noch was hier. dass die auch in der luft nicht um das ding drumherum kommen ich habe es jetzt für tiere nicht passierbar oder sowas damit die schützt ihre geschützt sind hat der mit die seine maschine geschützt hier so hat es noch alle ruhig Okay. Geht du jetzt durch? Ah nein, da sind wir noch ein paar eins. Braun auf Braunbeer decken sich so weit aus. Fein. Dankeschön. So, da kommen jetzt Pinkies, glaube ich. Man weiß es nicht. Ich muss unbedingt aufpassen, da finde ich zu viele Menschen verschwenden. Die kommen ja nicht raus. Doch, die kommen raus. Oh mein Gott, nein. Ich mach jetzt mal auf der Revier. Oh. Kommst du bitte wieder runter? Ernsthaft, Alter. So, jetzt. Was? Was? Nicht getroffen? Digga, was ist denn hier los? Äh. Ich schieße den tippen dreimal ins Gesicht und er wird sich nicht? Dankeschön. Meine Presse. Hab ich jetzt was anderes gemacht? Außer als ich vorher gestorben bin. Wahrscheinlich muss ich aber sterben, wenn ich was küsse. Weil daneben. So, die beide. Also nicht die mit einer Rakete, oder? Ja, fast die ideale Idee, weil die entfernt. Nur hier ist... Ja, Rakete ist natürlich wieder immer... Ah, ja, geht tatsächlich. Ja. Ja. Das war doch sauber. Ohne wer jetzt selber die Funktion von der Schacht zu bekommen. Gut. Achso, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich ziehe den Zackding an. Das ist hinten. Dankeschön. So. Jetzt überlegen wir weiter. Wie kann man denn da rein? Aber die Dinger, die gehen da runter. Ah, das ist wirklich daheim. Ist das noch einer? Ich denke ich doch. Ich bin doch einmal noch wohl überlegen hier. So, bitte. Ich hab grad was gesagt. Von wo? Von wo? Hallo? 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 Alles im Blick? Okay. Jetzt ist es. Schalter dich? Keiner. Ich probiere einfach mal, wenn es nur springt. Aber ich weiß nicht, dass es funktioniert. Weil wir haben das funktioniert, okay. Warte. Gibt's wieder mehrere. Vielleicht schaffst du sie jetzt mit rauslaufen? Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht. Mann, er hat keinen Bock mehr hier. Die haben so viel aufgebaut. Nein, das ist doch nicht. Warum, warum komm ich nicht ausgerechnet, wenn wir sie hier speichern? Leckt mich am Arsch. Ja. Was für die Scheiße. Ja, komm. Ah ja, klar, ich weiß. Wo jetzt? Ach, wo nirgendwo, klar. Was? Ah, was ist das? Oh. Oh, nein. Oh nein. Oh, nein. Oh, nein. Natürlich nicht, weil wenn ich speichere, werden wir wieder eine Geräusche. Das kennt man ja auch nicht. Das wird also jetzt eine lange Versuchsfreie. Oder auch eine kurze. Ey. Ich liebe, dass da so ein Scheiß kommt und wegkommt. Ah. Ja. Ja. Wer hat die Nichts geprüft? Ich nehme die Zahn ja. Und jetzt. Ich habe das mit der Schwachen. Dann muss ich die Schwachen. Ich habe das Mord. Ich habe das Mord. Ja. Ich glaube man, du solltest was drauf machen, da? dann dann okay der kate hat uns also auf das berufst du bist okay und beiden seiten jeweils nein das ist diese springen aber nicht passiert immer an der kante ist man kann auch von der kante und abspringen oder nicht davon hat nichts gehört da muss wirklich immer mitten auf seiner fläche stehen damit deutlich springen kannst aber der andere angst die deine marken hier ist ja so jetzt hier außen und rum da sterben Ah ja, hat sie verstanden. So, einer war doch noch im Moment, in der Sitz. Da ist auch noch. Du warst doch schon weit? Okay, das hat noch was. Dann sag ich doch. Will stehen bleiben. Gut, da ist eine blaue Rüstung, da ist eine Perle. Da ist ein Schalter, der aber glaube ich keine Funktion hat. Genau. Da sind ein paar...rot oder graue. Ich gehe am...ja, ich will gleich gleich mal her. Halli, halli, das sind graue. Wow! Ähm... Nichts verteidigtes Gelätert oder was? Halli, halli! Geht doch! Nein, also was bei dir. Wow! Wow! Geht doch! Malle, geht doch! Bei den Stufen rutscht man immer so. Da muss man natürlich aufpassen. Hier. Da. Wenn man da schon auf Bremskurs geht, muss man das natürlich damit einberechnen. Kannst du nicht einfach rennen in so einen Raum? Nee! Aber fliegt erst mal schon auf die Fresse. So! In welchem ganzen... Oh, hier sind überall welche drinnen. Klar, ich kann hier noch nicht abschießen. Ist ja unfair. Ab wann geht die Dinger eigentlich auf? Noch nicht? Ah! Gut, dann läuft mal wieder hier. Was?! Seit wann gibt die Dinger in dunkelrot? Äh, dunkelrot. Oh, du! Ja, du! Das ist ja ein bisschen. Ja! 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 Wo bin ich jetzt wieder? Ach Mann, Alter! Ja! Wo ist jetzt diese Transparente? Ja, der Kakodiman muss jetzt genau da liegen, wo die Gegner kommen. Was auch logisch ist, weil er kam ja auch als Gegner. Ist natürlich wieder gar nichts. Ich hab was gehört. Mann, erkennt die ja gar nicht! Oh nö, komm. Ist doch jetzt nicht mehr normal. Also, bei aller Liebe. War man der, ich hab's schon gesehen. Ah, keine Ahnung. Ich hab's schon gesehen. Wieder falsche Richtung. Geht doch! Alter, dann muss der erstmal sich nicht mehr über die Munitionsfahrt schießen, weil der ins Leere schießen muss. Der ist jetzt natürlich genau da, dass ich viele Küche wieder überhaupt nicht sehe. Seit wann gibt's die so transparenten Viecher? Er kommt jetzt her. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Noch so viel. Noch, Alter. Ich seh den. Ah, ich dachte ich wusste, dass ich den Falle nicht mit auf das Krufe Aber das ist jetzt schon wieder so scheiße geworden Ach, das wäre jetzt okay noch etwas Krufe Ich hab jetzt mal bei dir hier Ach was Oh, mein Kisch Kannst du gleich mal herkommen? Er hat noch rutsch ihn an Das ist nichts Das ist was Ich dachte gerade schon wieder, kommen Speicheranwähigkeiten an Das ist nichts Das ist auch nichts mehr Das ist noch nicht Das ist noch nicht Wofür ist denn der Schalter? Wofür ist denn der Schalter? Was ist denn der Schalter hier? Das sind noch Kinder? Ah, aber das ist noch nicht mal So, darum wird das nochmal spaßig Wollen wir jetzt mal beide Türen auf? Komm Die sind ja leider Zeit gesteuert Perfekt Fuck Oh Alter Okay So, wir sind jetzt aber ein bisschen kniffliger Nüßig Fuck Wirklich immer erstmal probieren, von welcher Türen von welcher Seite aus drauf geht Oh Kommen wir zu Oh 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 So Sammeln wir mal langsam wieder ein bisschen Munition ein, ja Oh 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 gut da kommt jetzt der rote oder graue riechen ron danke na klar, hol sie dir, hol sie dir schießt er durch den fisch durch ist er schon tot? ah, der sparer ist tot der hat genau nullkommanist gebracht wie erwartet so, die tito kommt da aber auch nicht durch wir müssen sie also erstmal reinlassen ah, die tito kommt da ich lasse natürlich wieder hängen nein, nicht hängen bleiben alter, wo kann man denn überall hängen bleiben? oh, alter, Mann, ey, das ist doch hier nicht mehr wahr da kommen wir jetzt her ja, das ist er nicht existenten, das ist er Es ist ja schön aus dem Silbertablet herziert. So, jetzt kann man jetzt runter, ne? Okay. Das heißt, es hat sich über das Ende der Map. Gut, dann gehen wir mal die Map nach und nach ein bisschen nach. Äh, ab. Das kommen wir nicht raus. Kann man so nicht von dir seit dir lang. Okay. Gebonkt, ist gecheckt. Hier zum Beispiel kamen wir lang. Erst dem noch fünf Gegner. Ich gebe es jetzt mal den anderen Weg. So, komm. Geh da rein. Da oben ist die rote Pferle. Äh, blaue Pferle. VD Diabobin, Smaraggen, Lechersblau. So, wieder zwei tot. Ah, komm. Da, guck mal. Da lag mal richtig viel Munition und jetzt ist da ein Witz. Komm, Munition. Komm, du mal drauf? Komm, du mal drauf? Ja. Fuck you. Wow. Ahi ta. Ahi. Leck mich doch. Geht doch. So, das war nämlich noch Raketen, so weit ich weiß. Ja, geschafft. Sehr schön. Und wenn die Fündung der Leben zurückkommt. Ah, ich denke es auch noch für uns. Munition. Oh, Pory kann ich mehr. Okay. Wir haben aber irgendwann noch drei Gegner. Egal. So ist es nicht aus unserer Fährte. Von daher können sie mir erstmal egal sein, sonst hätten wir sie schon gesehen. Hoffentlich zumindest. Wie gesagt, wer hier anfängt mit Logik um eine Strategie zu machen. Es war auf einem guten Weg, aber leider nicht auf dem. Nein. Es war doch so klar. Na ja, schon klar. Ja, ich hab jetzt wirklich nicht gespeichert. Ah, gut. Second Toy hat auch schon funktioniert. Wobei... Der will sich ja noch mal. Okay. Aufzukommen. Ja, komm nicht. Und ich geh durch. Achja, brauchen wir ja nicht mehr. Okay. Ich verstehe. Es ist schon mal. Oh, man. Dr. Ich will нам auch mal wieder. So, hier wird man auf der Ball ein, weil wir Schaden hier bekommen, soweit ich weiß. Scheinbar nicht. Oh Gott, die Map. Ich glaube, ich wollte doch mal die Map des Defektiven machen. Da brauche ich ganz ruhige Nerven. Ganz ruhige Nerven. Ganz ruhige Nerven. Schau mit vor. Ja, äh. Was seht ihr denn heute noch? Wahrscheinlich nicht mehr. Na. Gut. Wie gesagt, das waren jetzt erstmal die letzten Displays. Ähm. Ja. Von daher. Ich würde jetzt mal sorgen, bis bald. Wann immer auch dieses bald kommen wird. Schau mit vor. Ja.